da sind wir wieder leute bei generischen zero mit der fuba und gravity und der schnörer hallo sie mir denn jetzt hier auch nebenquests und sowas hier steht zum beispiel wenn jetzt unten mit der maus drüber ist hier unten auf den ort wo ich den punkt setze im süden direkt unter uns steht dann rechts level 3 punkte 402 aktive rivalen 1 die waren statistik region aktive real und die waren das bin ich keine ahnung release antennen 0 von 1 ach das sind auch sammelobjekte oder ich habe keine ahnung vielleicht hätte man das ding weg sprengen müssen das ist eine gute idee ja das kann sein erstmal bauen oder abballern einfach bloß abballern willst du nicht mal deine taschenlabor ausmachen warum nur so wegen wegen dem stromverbrauch meinst du damit gegner dich schlechter sehen ach du das sind ja das sind ja maschinen die sehen mich auch so ich bin auch dieses blocken ist ein bisschen blöde finde ich jetzt steht dann bei mir wieder waffen eins von drei stand bei mir gerade das heißt wir müssen wahrscheinlich hier die häuser noch durchsuchen genau das ist alles und wo kommt man aber schon drei haben sie mit absicht jetzt hier die ganzen häuser zugemacht damit man nicht überall rein kann oder damit er sich nicht tot bluten muss so hier könnte sie aufgehen eventuell hier geht's rein hier war doch bestimmt schon der schnurrer drin das sieht so aufgeräumt aus ja notsignalfackel statt sein vater telefon nehmen haben sie auch clever löst einfach mal den rest des hauses mit möbeln blockieren auch ich habe geschossen gegner kommen toll toll recht toll immer mit profis arbeiten ist nichts drin bei mir auch irgendwie noch nicht bisher und hier meine kiste gegner toll ging es doch noch irgendwo auf dem balkon liegt auch nichts cooler scheiß war so bin ja hier schon einmal fast durch jetzt ordnungsgemäß das tor aufmachen klingel bitte nee ohne klingeln du brichst einfach in die buden fremder leute ein natürlich abgesperrt benötigt die fertigkeit schlösser knacken kacke ja hätte das meist gilt da ist bestimmt dann die waffe drin das kannst du haben das kannst du haben das kannst du haben so doll das hier sind zwei pcs und eine komische schlafcouch was ist das denn vor allem im keller weißt du ja das passt doch kühlschränke und das schlimme ist man hat irgendwie immer das gefühl dass irgendwo eigentlich dass man da irgendwo einen schrank aufmachen kann normal sind das ja die diese großen waffen oder die dinge halt einfach um die waffen die dinge rum ja so also ich habe jetzt hier auch keine von alles leer hier aber hier oben noch mal die straße lang das zu also die die zu die da kommt man auch nicht rein habe ich jetzt auch gleich weiter geguckt theoretisch könnte man sehr kaputt schießen abgesperrt benötigt die fertigkeit schlösser knacken jetzt hat meist gilt hättest du das meist gilt hier in dem gerade ist es einfach durch die hintertür rein ernsthaft nein das ich mir verarschen muss werde ich nicht gut da kann man auch noch ein theoretisch wenn die türen offen sind aber noch hier ist noch mal zu einem haus mit Dietrich? Ja, mit Panzerknackerding. Schade. Dann sind das bestimmt die beiden Häuser, wo das wirklich drin ist. Höchstwahrscheinlich. Würde ich jetzt auch fast von ausgehen? Alles zu hier, ey. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Jetzt habe ich noch mal ordentlich erste Hilfe gekippt. Ich glaube, da habe ich richtig viele. Hatten wir die hier nicht schon durchsuchen? Es wird dunkel. Hier liegen noch Gegner? Leichen? Ja, die müssen noch von dir sein. Also nicht so nah. Also so nah habe ich die nicht abgeknallt nebeneinander. Oh, hier sind noch LKWs. War es hier schon drin? Hier ist eine menschliche Leiche noch. Auf dem Steg. Zwei sogar. Okay. Der LKW ist leer. Notsignal und Munition. Oh. Ist hier was tolles? Ne, ne, bloß wieder gelbe Schuhe. Oh, 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 oh. Ich bin schon überladen. Eigentlich. Lull. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Und ne gelbe Jacke. Ziehe ich das jetzt eigentlich an? Habe ich jetzt ne Make-up Lippenstift? Nein, nein, nein. Inventar. Du siehst das auf jeden Fall. Auf der linken Seite, ne? 51 Punkt von 64. Uuuuuh, wenn ich jetzt ne Waffe... Wenn ich jetzt ne Waffe wär, wo werde ich mich verstecken? Einen Platz. Wie kann ich die denn überhaupt schrotten, die Waffe? Nur an dem, äh... Nur an so einem Automatending, ja. Dreck. Aber es müsste es ja hier eigentlich auch irgendwo geben. Na, im Bunker wahrscheinlich. Du kannst aber auch Sachen wegwerfen sonst. Nö. Bis ich hier diese EMP Behälter, Druckluftbehälter und Explosivbehälter. Oder Autobatterieplützen. Wasser? Nö. Normalerweise würde man die ja jetzt auch benutzen eigentlich. Was zeigt der mir da hinten an? Und sein Unterschlupf. So. Hä? Wo ist denn hier Panzerknacker überhaupt? Das gibt's... Oben gibt's das gar nicht, ne? Voll. Das ist rechts, wenn du Chemiker nimmst, dann kommt danach Schlosser, Schlosser knacken. Funktion... Funktioniert dann nicht bei... Bunkertüren. Ah, damit kann man auch Bunkertüren später aufmachen. Dann gibt's noch Munitionserhöhung. mehr Komponenten bergen. Sprengstoffschaden. Bestimmt auch, dass man später mehr Gewicht schleppen kann oder sowas. Man kann die ja aber nicht neu skillen, ne? Hä? Das sieht so aus, als wenn ich Panzerung schon hab. Oder wie? Ist ja komisch. Bin komisch, ist aber so. Jetzt müssen wir gleich aufpassen, wird langsam dunkel. War da noch was in der Scheune drin? Das ist keine Scheune, das ist ein Verbote, da waren nur zwei Waffendinger, also Munition. Und hier in dem Ortssatz wieder eine Waffe geben. Manchmal hast du ja in den Scheunen hier, dass da... Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Ja, da stirbst du noch nicht. Und dann beamt er mich hoch. Lul. Achso, bist doch gestorben. Ne, er hat mich hochgebeamt, ohne sterben. Naja, du bist gestorben. Nein, bin ich nicht. Du bist gestorben. Dann würde das ja dastehen, du Idiot. Nein, der stand doch da. Der stand da gar nicht. Du warst ertrunken, stand da. Zaltwallen gibt's hier. Zaltwallenpüpp. Oh, hier ist er. Hast du das? Ja, wieder so ein doofes Jagdgewehr. Ja, aber ist er ein anderes jetzt, ne? Ne. Und noch eine Pistole. Mal gucken, ob ich... äh, zwei Kronenpistole. Cool. Na, das zweite Mäusergewehr war, glaube ich, auch, ne? Ja, cool. Die, also die Waffen selber sind alle schlechter als die, die ich hab. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Was ballerst du denn da schon wieder? Ich dachte, man kann den Fernseher kaputt schießen. Achso. Hast du wieder gedacht, ja. Äh, wie viel erste Hilfe ist jetzt? Wahnsinn, ey. Wie viel hast du denn? Äh, müsste ich mal gucken. Ich hab 35. Alter. Oh, hier kommen Gegner. Grundfunk. Ich hab 53. Jetzt 54. Ah, wir haben immer noch Waffen 0 von 1. Wo sind hier Gegner? Ist das schon wieder der nächste Ort? Ne, also muss das damit sein. 100 Erfahrungspunkte. 100 Erfahrungspunkte. Oh, hier sind, hier sind Fliegende. Weiß nicht, wo du bist. Vielleicht ist ja das so eine Art Suchdrohnen oder so. Alter, hier kommen ja richtig viele, ey. Das ist auch unser Ziel hier. Ja. Was schießt du denn? Mit meiner Pistole. Mach auf, das Fliegende da. Ja, eine brennt schon. Hab ihn. Unten ist noch einer. Kaputt. So. Mit der Sniper kaputt. Ihr macht hier den kleinen Hund. Das war jetzt sieben Stück oder so, ja? Ich hab dich gezählt. Aber die Fliegenden haben nicht geballert, ne? Ne. Der hat nur gescannt oder so. Oh, guck mal. Vielleicht hat der den auch. Oh, 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 oh. Das hast du jetzt erst gesehen, dass er am Fußballplatz sitzt. Ne, dass ich den Ball auch spielen kann. Da ist auch ein Ball sogar. Ja. Der hat hier gar nichts drin. Die Fliegerdrohne hat gar nichts drin, ey. Wo hast du, hier ist der Ball. habe ich gerade auch schon drauf überlegt schießt ins andere tor so was kann man denn hier schickes looten eine karte der scherengartenregion darauf es ist eine ein gebiet markiert in das die zivilisten möglicherweise evakiert wurden das sind doch die zwei sachen die wir finden aber gerade eine haklame von bestimmt für die dietrich fähigkeit du kannst ja aus mehreren sachen noch denn und was auch bauen ein bisschen viel zeug rum besonders wenn man alles mitnimmt ja das ist ja das schlimme weil wir das ja auch nicht benutzen ich bin für den militär stützpunkt okay wo soll der denn sein wahrscheinlich auf der map markiert ja siehst du es denn hier unten ist und was hat die der ist ja ganz unten und oben ist auch noch was können wir doch der invasion von norah stadtdornen da kommen wir noch entdecke ich mal was willst du erst mal hier unten da in den ort da wo ich die erste satze würde ich sagen auch machen aber in der nächsten folge lol was das ist eine seite zugenagelt die andere türmasse auf das steht lauter kartons warte hier das auto noch mal kurz geben hier sind nämlich noch zielfernrohr und muni nur muni kein zielfernrohr so was konnte ich da immer kriegsbemalung gibt es ja kriegsbemalung 2 aber was kann man die denn überhaupt benutzen ja das ist im gesicht dann ja aber wie benutze ich das denn äh auf profil musste klicken das glaube ich nicht ja oder nicht schminke lol da kann man auch make-up nutzen derzeit schminke mäßig das vermutlich hallo ja du bist aber wunderschön möchtest du die schminke dann haben ich habe doch auch schminke deshalb bist du so hässlich ja 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 so wo ist denn der wegpunkt 1 dann gut dann machen wir erstmal folgenpause ja spitze bedanke dich spitze bedanke mich bis zum nächsten mal tschüss und und wir 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 gibt wir lieber